Also hießen damals die Kreditkarten? Nehmen sie auch goldenes Kalb? Na sich? Sie haben es goldenes? Also eine superbronzige Karte? So riecht aus massivem Gold tatsächlich. Dann wird er reingemeistelt. Warum macht niemand diese Tür auf? Scheint ein Eingang zu sein. Oh da ist irgendwas. Ich muss den Obsidian-Kraftkern einsammeln. Hast du den? Oh shit. Was? Kann man auch nicht. Ich will dir ein bisschen Drama reinbauen. Oh shit. Oh shit. Oh man, wie kann das denn passieren? Oder gehen sie hier dann? We, 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 we did it. Oh, 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 oh. Aber man hat ja einen Punkt zu übergeben. Ich hab Akku, ich hab Akku. Hm. 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 Wo hab ich jetzt Ich kann nicht? Komm entonces auf! Ich habe mir heute wieder von Battlefield 3 angeguckt, ganz awesome, nur ein paar kleine Bugs, zum Beispiel das Standbein von einem G, das geht irgendwie so horizontal von der Waffe weg, also nach links und rechts, und wenn das irgendwie einmal abgestützt wurde, hält das sich wohl so, der Spieler, der es benutzt, der sieht es nicht, aber halt jeder andere und denkt sich halt, was bist du denn für ein Retard? Oh, jetzt gibt es schon Mithril, Gewech! Gewech! Was? Ja. Sehr cool. Oh! Ja, ich habe einen. Sag nicht so, als wäre das irgendwie so cool. Ich bin in einem Wald. Jimmy, ich schnapp dir irgendwo. Oh, die Klippenfäuste des Ebers. Was ist zu machen? Stärke und Willens, klar. So lange. Wurde nie geklärt, warum es sowas gibt. Ja, darf ich mir. Ähm, okay dann ja. Selber Pille. Hast du Powercore eingesammelt? Na. Ja. Ja. Na... ... Ja. Na... ... ... Oh cool, ich rette dich. Shit, die gehen nicht ins Stock kaputt. Cool, rette mich. Heile Wobel. Uh oh. 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 Oh. Superdamage. Man, die Kine sind einfach zu einfach. Oh, ich mache mehr Damage. Nice. Insta war der weg. Oh, ich bin die ganze Zeit im Feuer. Im Feuer des Fadenkreuzes. Gestern mir Tarotkarten online legen lassen. Erstmal, wenn wir es vergossen haben. Ich hatte auch diese Karte tot mit dran. Die ist gar nicht so negativ, wie man glaubt. Es wird nur gesagt, eigentlich ist es schon negativ. Es heißt nur, dass ein Lebensabschnitt endete oder so. Hallo? Das ist nicht positiv. Es kommt nur auf den Abschnitt. Je positiver der Abschnitt, je negativer die Karte. Das heißt, es ist eigentlich eine Joker-Karte. Man kann sie auch gut einsetzen, ja. Ich schenke meiner Schwester zum Geburt. Das ist so ein geiles Spiel. Dominion oder so heißt es. Im Grundspiel sind 500 Karten drin. Und da macht mir irgendwas weirdes mit. Und im Add-on, was ich gleich mitgekauft habe, sind nochmal 300. Und noch so weirdes Zeug für Piraten und so. Und dann gibt es noch ein weiteres Grundspiel. Da sind wieder 500 Karten. Das habe ich noch nicht gekauft. Für Weihnachten. Kann ich nicht sagen. Und noch zwei weitere Add-ons. Ne, noch drei. So ist es. Genau. Und die gibt es dann auch. Weihnachten und Oster. Insgesamt hat man dann 1900 Karten am Ende. Und es sind noch so weirde andere Sachen. Ich weiß auch nicht, was man da eigentlich macht, aber... Es waren viele Karten. Das war mal das Spiel des Jahres. Oh mein Gott. 32 GB du es bist. Ich muss das Ding nächste Woche bei Aldi. Holy shit. Nur 24 Euro. Ich meine der Dings wird schon nirgends erkannt. mit der 16 GB. Mit der 16 GB. bei der 1 bis 14. Digitale Funkwanduhren. Uh. Weird. Oh, Energiesparlern. Oh nice, hier gibt es 20 Watt, meist kriegt man immer nur diese Kack 15 Watt Dinger oder 14. Das ist allerdings auch 4,50€ Scheiße, das Ding ist riesig. Oh, wie krass ist es, wenn man schon wieder vorbei ist. Hm, findest du nicht? Heute Sommer kommen und gehen, das ist der Laufstettinger. Ach, weil sie dir die Karten gelegt haben, Scooby ist verendet. Nein! Oder? Ich habe auch eine Tageskarte gestern gezogen. Ich glaube es war die Karte der 7 Stäbe oder so, ich weiß nicht mehr was bedeutet hat. Ein Lichtwecker mit Wohlfühlatmosphäre, holy shit! Ich kann mich nicht mehr wissen. Vielen Dank. Vielen Dank. Eine LED-Scheibeschleuchte. Sieht steilisch aus. Hops oder hops. 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 Was ist in der Dink? Future Africa Oof. Boah, wo geht's da wohl noch ein Teil aus? Oh, da ist der Ausgang. Na, aber da. Oh nein, ein ganz Böser. Oh ja, ich weiß nicht, ob wir das schaffen können. Jetzt nicht in Panik geraten. Okay. Oh Gott, Coach, er hat Apps geholt. Ähm, Lifetap. Panikattacke. Du. Regen des Feuers. Ah, shit, alle Kumpen. Ach, hey, das ist mein Froscher. Oh Gott, ich zahl. Vernunft. Oh. 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 Oh, sangering. Oh, scheinbar doch nicht. Ich habe mich wehren, das tut mir leid. Das tut mir nicht leid, ne? Die anderen küsse ich jetzt während seiner Stelle. Weißt du, er macht den Job so lange und versucht irgend so ein Spiel dahin zu sein, wie er seinen Job zu machen? Hm, am Eingang sind wir noch, Chris. Jo. Ne. Können wir ja wieder nach Ironforge fliegen. Dann müssen wir das eh abgeben, glaube ich. Ist das nicht der Massen? Ja, aber warum soll sich in Dhanassys jemand interessieren? Aber irgendwie gab es da auch so ein Portal, um nach Dhanassys zu fahren. War das nicht in den Höhlen der Swigler Angst? I don't know, Coler. Wo man dann steht hier und ein Gigabyte entspricht eine Milliarde Bytes. Als wenn sich da immer noch was vorstellen könnte. Vielleicht nur weil du dich dafür nicht so interessierst. Ich meine 1000 MB oder so, das hätte ja noch, hätte ja noch verstehen gewährt. Was ist denn da, wenn wir jetzt ein Terabyte Dinger verkaufen? Schreiben sie das dann dahin? Würdest du das nicht tun, wenn das der einzige Werbeaspekt deines Produktes ist? Wir haben noch ein bisschen. Entspricht einer Billion Bytes. Oh, 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 scheiße. Das, das muss ich kaufen. Ich hab die Beiz, aber es ist vom Überfluss. Toll. Ring mit Beweglichkeit. Ah ja, man hat ja noch ein Tetechen bekommen. Tetechen? Ja, brauchst du einen Ring mit Beweglichkeit. Gruppe verlassen. Hm. Hm-hm. Ja, schon fast 42. Hm. Eigentlich ganz nice. Eigentlich ja, ne? Ich muss meinen Nachruf anzeigen, wenn wir mal wieder in einen Moment. Oh, ne. So. Stimme! So. 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 Wollen wir mal ein Braufest-Quest mal? Komm. Wollen wir mal. Jetzt wird aufgesoffen. Wo gab's nochmal den Reit-Dings? Bei den Puppen. Bei den Puppen, wo wir immer üben? Mhm. Sehr gut. Nicht die Sex-Puppen-Culture, die Trainings-Puppen. Wir werden mal üben. Mein Alec ist leider ins Wasser gefallen. Warum ist er so schnell im Wasser? Und da außen nicht mehr. Alec schwimmen schneller. Heidegger Winsker. Ja. Das klingt wie eher so ein Ding. Ich bleib überall hängen. Sogar in der Laterne, verdammt. Eine Laterne, die an der Wand ist. Ah ja. Die Erinnerung kehrt heim. Oh, ich bin dran. Wer ist denn jetzt der Verkäufer hier? Wie? Hm? Hier verkauft mir niemand die Pferde. Wahrscheinlich würdest du schauen, wenn du noch nicht genug Ruf hast. Oh, das kann stimmen. Scheiße. Scheiße. Ah, dein jetziges Mount ist da. Wurde ja die Geschwindigkeit auch angerufen. 60% ist das Ding. Hast du schon den neuen Skill bekommen? Ja. Hm. Die haben mich echt beschissen. Komm lass die Quest machen. Wo bist du? Glaub dir das nicht, oder? Du, wo bist du denn? Es kommen ja aber auch schneller. Guck dir auch in der Charakter schauen. Tempo 220%. Oh, shit. Was ist denn? Warum denn 220? Gegen Gildenbonus. Oh, shit. Okay, sorry, okay. Welches?